Jonathan, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wollte ich euch die Kreativzentrumsaufgabe von Ostern vorstellen und ja, wie ihr sie am besten löst. Im Kreativzentrum angekommen müsst ihr erstmal mit dem Hasen reden. Jetzt, dann kommt sowas hier auf und das erste Ei findet ihr bei den Möhren dort hinten. Das ist genau diese hier, diese Möhren. Ich sammle die ein und der nächste Kopf, äh, der nächste Hase ist dann hier eben wo. Dann springt hier rauf und da oben. So, und der nächste Hase, äh, pff. Äh, das nächste Ei ist genau hier. Ich sammle die auch ein. Und das, äh, vierte Ei ist sammlein im Lagerfeuer. Und dann müsst ihr zu dem Uppelhausen gehen und dann hinten, hinten, ganz wichtig, kannst die Eier abgeben. Und dann habt ihr es geschafft. So Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem kleinen, aber feinen Video. Ähm, ja, ich würd's auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lassen würdet. Ja, und bis zum nächsten Mal und tschüss.